Hallo meine lieben Freunde! Was geht? Willkommen zurück zu... Alter... Ich werd nicht gespammt. In einer neuen Folge. Von Let's Play. Rise of the Tomb Raider. Wir gehen! Ah, wir sind voll, okay. Alter! Moment mal eben, ich muss mein Handy mal eben stumm stellen. Gott! Heilige Scheiße! Spammt die mich einfach dicht. Nur weil ich vorher gesagt habe, eine Nachricht reicht und ich bin... Boah! Dillon! Scheiße! Morse! Dillon hat's erwischt! Was? Auf keinen Fall! Er ist... Er ist tot. Etwas hat ihn gepackt. Wir sind übrig. Wir müssen weitergehen. Zusammenbleiben! Wir werden angegriffen! Leck! Da oben! Kontakt! Unter Beschuss! Lecks! Lass es uns binden! Hör auf eine Grenate! Ja komm! Komm! Bam! Bitch! Geh weg! Okay! Nice! Ähm... Wow, war das bad, Alter! Wow, war das bad! Ähm... Ich dachte, die reagieren nicht darauf, wenn ich ihn einfach abballer. Aber wie es aussieht, doch. Wie es aussieht, leider doch. Gehen wir mal hier hin... Äh... Sammeln hier erstmal alles auf. Erstmal alles aufsammeln. Komm hier, Erze. Okay. Zack! Ich denke, da geht sie weiter... Oder ne, ich glaub nicht, oder? Scheint eigentlich so. Ja, scheint so, als würde sie weitergehen. Erstmal nochmal hier zurück. Ich werd überall nicht gespammt. Ich werd bei LOL angeschrieben. Ich werd bei Skype angeschrieben. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ach, Mensch. Bei WhatsApp werd ich nicht gespammt. Wenn ich nicht antworte, dann antworte ich nicht. Dann hab ich grad keine Zeit zum Antworten, Leute. Mann. Warum checken Menschen sowas nicht? Egal. Egal. Erstmal hier noch alles aufsammeln. Damit wir auch schön alles haben. Und das Gefühl, ich werd wieder krank. Und das fände ich nicht so cool. Da ist noch was. Nice. Und hier kommen wir nicht weiter, ne? Nee. Da ist noch Munition, hab ich gesehen. Nee, gar nicht. Da oben kann ich auch noch lang... Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ah. Ich glaub ich geh erstmal hier oben lang, ja. Da konnten wir grad zur Seite springen. Wo kommen wir hier hin? Ach, hier kommen wir wieder zu dem griechischen Feuer zurück. Ja. Ja. Okay. Hier sind wir wieder hier. Und... Mit mir gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurück gehen. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Athanatoid zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Okay. Ha. Interesting. Das muss ich mir durchlesen. Ja, auf was denn? Lies es doch vor! Ich kann das nicht lesen, Lara, du. Mensch. Du bist hier irgendwie die einzige, glaube ich, die das kann. Okay, bestimmt gibt es hier draußen. Ist das euer Ernst? Alter! Sorry, Moment. Alter! Meine Güte! Gott! Okay, so. Geht weiter. Jetzt werde ich Eiskalt einfach angerufen. Wenn ich nicht antworte, dann antworte ich nicht. Leute! Meine Güte! Heilige Kacke! Hier gibt es noch mehr zu finden. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Huh! Huh! Okay. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt wird. Sie muss der Armee des Propheten gehört haben. Schickes Ding. Huh! Huh! Okay. Äh, C, E. Okay. Und rüber! Und rüber! Äh, warum, hä? Wieso, bringt mir das überhaupt irgendwas? Ich glaub nicht, oder? Moment. Zack! Okay, sie kommt da nicht an. Aber ich glaub, das bringt mir eh nichts. Alles klar, okay, dann gehen wir jetzt hier unten lang. Dann gehen wir hier unten lang. Ralalalala. Und gucken, was wir finden werden. Ralalalala. Okay. Diese Behälter sind beschädigt. Okay, Alara. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Scheint so, ne? Scheint so. Auf jeden Fall. Äh. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Heilige Scheiße, ja. Ich hab sie da grad gesehen. Heilige Kacke. Alles klar. Sind wirklich ein paar viele. Ach, und das hier muss ich jetzt... ...da oben befestigen. Und noch eins. Dann da oben befestigen. Würde ich jetzt mal so schätzen irgendwie. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Sehr, sehr verwirrt. Guckst du da oben noch was? Er hat den Takt. Er sollte sich drehen lassen. Äh, ich hab da grad was gesehen. Hier hinten. Was kann ich da mitmachen? Feuer runterholen. Nur was bringt mir das? Äh, ne. Noch nicht anwackeln. Noch nicht anwackeln. Erstmal hier lang gehen. Das hier kaputt ziehen. Gucken wir, ob wir hier hinkommen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurück gehen. Ah, hier wieder hin. Okay. Also so langsam, wenn nicht echt verwirrt. Zünde ich hier erstmal alles an. Ah. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Und da haben wir keinen Pass. Okay, alles klar. Den können wir jetzt drehen, oder wie? Lara meinte, man kann den drehen. So wie? Was, wenn ich das einfach abschieße? Nein. Nein. Oh. Okay, das bringt uns nichts. Alles klar. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurück gehen. Ja, willst du das noch sagen? Also ich weiß noch nicht, wie es euch geht, aber ich hab das beim ersten Mal verstanden, Lara. Ihr auch, Leute? Ich glaube, ihr auch, oder? Ich glaube, ihr auch. So, das kann man jetzt drehen. Irgendwie meint sie. Wie gesagt, es ist ein Takt, man kann es drehen. Oder so. Nur wie? Ich glaube, da runter... ...springen würde keinen Sinn machen. Warte mal, das da ist in der Luft, aber das hier nicht. Und das hier brennt auch alles. Okay. Was ist, wenn ich das jetzt... Kann ich das ziehen? Ja! Ah! Ah! Und den jetzt... Reinkicken. Der wird jetzt da rüber gespült und dann kann ich ihn anschießen und dann ist alles gut. Okay, geil. Ah! Logic! Ups! So, das geht jetzt auch kaputt, die Stütze. Das heißt... Noch ein Stück weiter runter. Okay. Erze brauchen wir nicht mehr. Okay. Dann gönnen wir uns den letzten Pfeiler. Ah! Ah! Das macht alles irgendwie... ...schon Sinn, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Macht ehrlich schon Sinn. Griechisches Feuerdepot. Neues Basislager? Wo? Warte! Oh, lol! Hätte ich hier auch im letzten Part noch hinrennen können. Egal. Äh, hier haben wir nichts, wie es aussieht. So, hier. Äh... Was passiert eigentlich? Wir hatten da hinten noch locker noch eins, oder? Was jetzt irgendwie nicht mehr zu erreichen ist. Das hängt im Wasser. Ah! Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie anzünden kann oder so. Achso, ne. Die Leiche muss ich jetzt nicht auseinander nehmen. Okay. Okay. Nein! Da hat mich einer gesehen. Shit! Easy. Ah! Das war's schon? Echt? Okay. Okay. Wenn es das schon war, dann ist okay. Kann ich mit leben. Wo ist die Leiche in? Echt jetzt? Wer klaut hier ständig meine Leichen? Schwefel. Hier müssen Sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Mag sein. Lass mal alles hier aussammeln an Munition, etc. Nachladen. Ist voll. Okay. Voll. Voll. Alles klar. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nee. Ich sehe nichts. Gehen wir hoch. Mal gucken da mal weiter. Hier müssen wir ja was finden, denk ich's. Erst mal finden wir irgendeine Tür zum aufmachen. Die uns hier oben hinführt. Gut. Hier sind doch gleich locker wieder Pallen, oder? Oder finde ich hier nur irgendwas cooles? Ja, die Karte. Ist das nett? Auch sehr nett. Noch irgendwas? Da kann ich mich ranhängen. Das Feldzeichen der Armee des Propheten wurde für gewöhnlich über einer Flagge befestigt und von einem Fahnträger getragen. Okay. Sieht eigentlich recht cool aus. So. Gut, dann gucken wir jetzt hier mal weiter. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Da sind die neuen Platten. Okay. Da komme ich rüber, oder? Ja. Dann gibt es hier hinten definitiv noch was. Zum Beispiel Münzen. So einen neuen Shop könnte ich auch gern mal gebrauchen. Oder wir müssen die Schnellreiseeimer nutzen, um in diesen anderen Shop da reinzugehen. Aber es gibt locker noch mehr Shops, oder? Ich schätze schon. Eigentlich. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes. Die Ritter des Trinity Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen. Seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen. Um neu zu beginnen. Und das Werk des Propheten fortzusetzen. Okay. Lackt die Aufnahme, Leute. Lackt die Aufnahme, Leute. Aber es kommt mir übel so rüber. Vor allem in der Cam so. Ja, die Cam lag übel. Ich glaube, ich habe... Ich habe eben ein Update von OBS gemacht. Von OBS Studios und... Vielleicht wurden da meine Einstellungen zurückgesetzt. Das wäre natürlich ein bisschen unlucky. Dann muss ich die demnächst... Also muss ich gleich nochmal durchgucken. Und sie möglicherweise ändern. Aber naja, okay. Dann habt ihr heute vielleicht einen laggy Part. Tut mir leid. Tut mir dann sehr, sehr leid. Jetzt sind wir hier unten. Alles klar. Ich weiß halt nicht, was ich hier noch so finden kann. Das Vision. So das. Ah. Okay. Das muss ich dann von der anderen Seite einmal... Nee. Ich glaube einmal anschießen, oder? Nein. Ja, einmal anschießen. Okay. Dann verbrennt das genau. Daran habe ich auch gerade gedacht. Dann muss ich das einmal... Hier langziehen. Oder auch nicht langziehen. Aber ich habe eine Idee. Nicht umsonst ist hier so ein Pfeiler. Ich muss einfach... Das hier ranhauen. Genau. Sehr, sehr gut. Das schneiden. Jetzt hier runter. Jetzt hier runter. Und... Jetzt hier runter. Und... Bam. Sehr geil. Okay, schön. Schöne Sache. Schöne Sache. Aber wir setzen uns gleich erstmal noch ins Lager. Feuer. Oder auch nicht. Okay. Wir setzen uns nicht ins Lagerfeuer. Ja. Ah. Hoch, Lara. Jetzt kommen einfach nochmal alle Elemente hier oder so. vom Jump'n'Run sag ich mal. Huh. Ich bin doch gesprungen. Okay, aber wo muss ich hin? Das war gerade mein Problem. Ah. Einfach so. Okay. Nicht, 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 nicht. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Sogar wirklich... Fast alles so irgendwie hier... ...dabei. Pletterwand. Wandsprünge. Langhangeln. Alles Mögliche. Drahtseil. Heieiei, ey. Komm gar nicht mehr hinterher, wo ich jetzt langjumpen muss. Holy shit. Äh. Ich muss da dann, glaub ich. Ja. Ah. Oh Gott. Die Unsterblichen verfolgen uns. Oh Gott. Oh. Jacob. Ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara. Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Nix. Okay. Wir brauchen Breitplatz-Kletterpeile. Aber ich hab das Lager... Nein! Aber ich hab das Lagerfeuer nicht aktiviert, ne? Wodurch ich halt jetzt auch nicht irgendwie... ...mit der Schnellreise irgendwie mal zurück hin kann. Aber das ist eh egal. Denn ich werd das Spiel, nachdem ich fertig Let's Play Top Story Modus... ...wahrscheinlich eh nicht mehr anpassen. Also von daher ist okay. Haha. Mann. Ich bin einfach nicht so der... ...Open-World-Durchsuchungstyp. In solchen Spielen, glaub ich. Weiß nicht. Ich hab auch nie... ...Skyrim gespielt. Angefangen schon, aber dann... ...nicht mehr. Weil ich mir so dachte, ich hab keine Ahnung wo ich hin muss. Ich bin irgendwo in der Welt. Weiß nichts. Und ich brauch mir zu lange zum Laufen. Deswegen hab ich wieder ausgemacht und... ...hab was anderes gezockt. So. Haben wir jetzt irgendwie demnächst hier mal wieder bitte... ...ein Lagerfeuer? Ich würd den Partner mich ganz gern beenden. Wäre schon schnucklig. Hier ist noch eine Truhe. Wäre Pistole. Drei Pond Bier. Okay. Vara! Vara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Ha! Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Kill Cop dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Alter! Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sag dir doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Alter! Ich hoffe, die Aufnahme laggt nicht zu sehr, Alter. Ohne Witz. Ich habe Angst, dass die Aufnahme zu sehr laggt. Ich will das nicht. Gib sie jetzt bitte ein Lagerfeuer. Ich brauche ein Lagerfeuer. Lara, gut, dass sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen müssen. Ich bin immer für euch da. Aber erst nachdem ich ein Lagerfeuer gefunden habe. Da war ein Schatz, sag ich mal. Ich weiß. Hab ich gesehen. Lagerfeuer! Wow! Karte. Dinge. Zum Einsammeln. Nice. Und Lagerfeuer. So, Upgraden machen wir alles im nächsten Part. Sonst wird der Part zu lang. Ich hoffe, was hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut... Da rein.